Sandra, jetzt kommt ein Video, da haben alle Leute drauf gewartet. Das habe ich selber durchgeskippt, aber selber noch nicht komplett gesehen. Sandra, kennst du den Begriff YouTube-Kacke? Nee. Das ist YouTube-Kacke auf Next Level. Sandra, wenn du es jetzt schaffst, nicht zu lachen, ja? Wenn du es jetzt schaffst, in diesem Video nicht zu lachen, ich gebe dir 10.000 Euro. Auf mein Wort, okay? Wirklich? Ja. Hand drauf. Wirklich? 10.000 Euro. Okay, ich lach nicht. Du wusstest es nicht schaffen. Hallo und herzlich willkommen, Köln zur Gamescom. Perfekt. Perfekt, Bro. Perfekt, Digga. Machen wir weiter, Sandra. Das war es an der Stelle. Dann mal komplett, Bro. Ich kenne einfach so viele Sachen nicht. Das ist jetzt, du wirst, du wirst sterben. Du wirst sterben, Digga. Das ging schnell, Sandra. RIP 10K. Fresse jetzt, ihr Scheißer. Was ist das für ein witziges Video? Wir kommen zu dem Stargast, abgesehen von uns beiden. Tanzverbot. Bam, Alter. Drei Knaus. Drei Knaus. Dieser Typ, der wird nie wieder in seinem Leben einen normalen Job finden. Alter, Sandra, Sandra, what the fuck, Digga, what the fuck. Verpiss dich, du Harnsohn. Das ist so krass geschnitten, oder? Das ist so krass. Hallo, moin, moin. Ich hoffe, ihr habt gute Laune mitgebracht. Ey, sag mal, geht's auch? Du hast für dich frech. Ich hab keine Lust auf so Kinder, Digga. Ich geh jetzt wieder nach Hause. Ich würde sagen, erstmal gibt's was, äh, zu verlosen, oder? Was sagt ihr? Video zu laut, ist hier zu leise. Was sagst du? Video zu laut, wird zu leiser. Machen wir, machen wir, machen wir, machen wir. Digga, das ist wild, oder? Das ist wirklich wild. So, das erste, was ich verlose, meine Hotelrechnung. Der, der die gewinnt, kann die übernehmen. Ich. Was? Kennst du ihn? Ne. Über den darf ich nicht lachen. Was soll denn das, Digga? Montana Black. Ich musste es dir einfach heimzahlen. Was? Kalef! Fick deine Mutter, du Rundsohn. Wie krank ist es bitte geschnitten? So krass, oder? So krass. Oh, oh, wir sind spannend, ein paar Fragen loszuwerden. Hey. Hörst du zu? Glaub ich. Hallo? Ja, scheiße. Oh, wir sind spannend, ein paar Fragen loszuwerden. Wie haben wir den allerersten? Wann wird die Autogrammstunde sein? Gar nicht, Digga. Diese Frage ist eine absolute Frechheit, du kleiner Wichser. Hat er nicht gesagt. Santa, das ist so geschnitten. Der hat das nicht, das ist so geschnitten. Ach so. Ich dachte. Digga, dann kriege ich richtig, dann wäre ich richtig sauer. Hi, ich bin Christian. Das interessiert doch keinen. Ich habe jetzt einen Bock auf dich und auf die Leute. Ja, leg los. Ja, ähm, 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 ähm. Digga, heute fangen alle so an, fangen alle so Buh anzurufen. Noch? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Aus dem Bauchgefühl würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ihr im China-Restaurant arbeitet. Sturm. Wir haben hier die nächste Frage. Nein, nein, äh. Moin. Random Cat. Was gefällt dir so an der Gamescom? Big Mac's Dad. Ich kann nicht mehr, ey, das ist so witzig. Ja, Moin. Haben wir hier T-Shirts, die wir so einfach reinfeuern können? Dann müssen sie da. Einfach ein paar T-Shirts reinfeuern, so. Da hast du dein Kind mal gestorben, als er es gemacht hat, ne? Nein. Lausrad-Kacke. Natürlich. Und? Das ist die Scheiße sein. Kommander Krieger! Komm mal hier, krieg meine ich. Bitte ein Erfolg. Ich bin sauer. Alter, das ist ein YouTuber, der versucht, euch zu unterhalten. Und da hat irgendein Spacko eine Dose nach ihm geworfen, wo ich mir echt gedacht habe, Irgendwie ist das nicht mehr rein. So ein Sturmi dazwischen. Ich habe mir so eine Taschenmuschi bestellt. Einfach schöne Achseln, Digga. Wie krass ist das zusammengeschnitten? Ey, das ist mit einem iPad geschnitten. Weißt du das? Der Typ schneidet das mit einem iPad. Und deine Videos sind mit dem PC geschnitten, die sehen aus wie Scheiße. Äh, sag mal, wie heißt du denn? Ich bin die Justine. Justine, wie alt bist du? 15. Oh! Verliebt! Marcel, also, entschuldige mal. Erst mal ein Foto. Für das Fotobuch von mir. Oh, manschallah. Noch ein, zwei Fragen hier raus? Ey, ich höre. Guck mal, wie bist du hier reingekommen? Bring dir mal jemand weg hier. Ein riesiger Buh. Uuuuuh. Die Buhnen einfach so ein Zehnjährigen aus. Wie ist deine Frage? Ähm. Du bist kleiner als das Mikrofon. Ich hasse dich. Revi, was ist das? Das ist so krass. Ähm, meine Frage ist, ob er mit mir mal eine Runde aufnehmen kann. Oh. Ich merke mir dein Gesicht und ich haue einen auf die Schnauze. Das hat er nicht in echt gesagt. Nein, Sander, das hat er nicht in echt gesagt. Das ist nur so geschnitten. Es ist aber so real. Ja, aber gleich zeige ich dir eine YouTube-Kacke, da wirst du gar nicht mehr klarkommen. Respekt, unser kleiner Hund. Nächste Frage. Let's go. Äh, wie bist du eigentlich mit Kong zusammengekommen? Was? Was ist bei ihm kaputt, Digga? Die nächste Frage. Hast du schon planen, wie du dein Geld verdienst, wenn YouTube nicht mehr läuft? Hartz IV, Digga. Die Arbeiten. Scheiß Junkie. Die letzte Frage gebührt dir. Wer ist das denn, Digga? Wie heißt denn du? Lüras. Du musst laut reden, bitte. Laut. Lüras. Lüras ist vom Teufel besessen. Lüras. Katja, Trenne, keine Ahnung. Abagierst Applaus erst mal hier. Fick deine Mutter. Oh, Digga. Das ist die Besten, ich sag dir. Digga, die zwei, Alter, wie die am Durchdrehen sind. So wild, das Video. So fucking wild, isn't it?